Der Kino Ich freue mich schon, wenn ich die Folien bekomme, denn dann kann ich nämlich genau die auch meinen Mitarbeitern zeigen, weil besser in kürzerer Zeit habe ich das noch nicht gesehen. Der Kost im Kunde im Kopf ist das Unterfüllungszweck für Wichtigstes Haus. Menschen kaufen Emotionen. Also mir hat der Vortrag sehr gut gefallen und es war für mich ein Impulsgeber, würde ich sagen. Und man kann tatsächlich einiges mitnehmen und hoffentlich auch umsetzen. Musik Also ich fand es einen schönen Vortrag, absolut sehr informativ. Und es kamen sehr viele Ideen auf. Shakespeare sagt, der einzige Verkäufer, der sich vernünftig verhält, ist mein Schneider. Immer, wenn ich wiederkomme, nimmt er neue Motors. Musik Everybody's gone is everybody's dead. Applaus Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020